Versenden mit Hermes. Sicher verpacken und ganz sicher sein. Weil sicher verschicken nicht kompliziert sein sollte, zeigen wir dir, wie du's sicher verpackst. Erst sorgsam umwickeln, dann liebevoll umpolstern und einfach um die Ecke abgeben. Hui, das ging ganz schön schnell. Wie bei diesem frisch verliebten Pärchen Stefan und Lisa. Doch leider wohnen sie in unterschiedlichen Städten. Und jetzt ist Lisa schwanger und Stefan packt ihr ein Päckchen für eine sichere Zukunft. Jetzt muss er es nur noch ganz sicher verpacken. Und das geht so. Finde zuerst einen stabilen Karton und schnapp dir dann Formschaum oder Holzwolle für schwere Gegenstände, Verpackungschips und Luftpolsterfolie für leichte. Damit wird jetzt großzügig umwickelt. Hier gilt, viel hilft viel. Nimm jetzt noch Verpackungschips, um dein Paket stoßsicher zu machen, bevor du den Gegenstand darauf bettest. Zum Schluss stopfst du alle Seiten so sorgfältig aus, dass wirklich nichts mehr wackelt. Noch eine letzte Lage oben drüber und nichts verrutscht, dann bist du offiziell Verpackungsheld. Und jetzt Karton zu, Klebeband raus. Einmal längs, einmal quer und ab dafür. Ohne Schnüre geht dann alles glatt. Stefan gibt sein Paket im Paketshop ab. Wir erledigen den Rest. Und weil er Lisas Lächeln selbst sehen will, ist er schon auf dem Weg zu ihr. Mit der Sendungsverfolgung sieht er dabei immer, wo sein Paket gerade steckt. Und ist deshalb dabei, als Lisa die gemeinsame Zukunft in den Händen hält. Denn genau jetzt und genau hier will er um ihre Hand anhalten. Ganz schön spannend. Na Lisa? Ja, na bitte! Und weil man Glück zum Glück weder messen noch wiegen kann, sind manchmal die größten Gefühle in den kleinsten Paketen. Deswegen ist Pakete verschicken ja auch so schön und vor allem so schön einfach. Einfach. Wichtig für dich. Einfach, günstig und sicher. Immer mit Haftung. Immer mit Sendungsverfolgung. Weil es dir wichtig ist, ist es uns wichtig. Hermes Und weil es dir wichtig ist, ist es uns wichtig, wenn es euch zu sagen ist, wenn es euch zu sagen ist. Vielen Dank.